Ja, da ist was ganz was besonders drin, da ist kein Hütten Schlafsack drin, da ist ein Schuh drin und ihr werdet es nicht glauben und das zeige ich euch jetzt, wie klein der verpackbar ist und überall mit hinzunehmen ist. Man macht es auf, Schuhband rüber und dann entfaltet sich hier ein Schuh. Wenn ich jetzt da mal so ein bisschen reingehe, dann sieht man, dass das wirklich ein wunderschöner Schuh ist, der ganz flexibel ist und perfekt als Zweitschuh genutzt werden kann für verschiedenste Gelegenheiten. Die Philosophie hinter dem Schuh ist das Barfußgehen. Das ist ein Gesundheitstrend, den wir mit diesem Schuh umgesetzt haben. Bei diesem Schuh ist es uns gelungen, das Freiheitsgefühl für den Fuß zu erhalten und zum anderen aber einen Schutz zu bieten, indem wir eine Sohle verwenden, die einen Schutz von unten bietet und auch eine Führung des Fußes durch eine spezielle Schnürung mit einer leichten Fersekappe, damit ich diese Führung erreichen kann. Also mit dem Schuh kann ich ganz viel machen. Das ist mein Hüttenschuh, den nehme ich auf eine Bergtour mit, kann dort eine Flussdurchquerung machen, ich kann mit dem Kajak fahren, ich kann Stand-up-Paddling machen, ich kann zum Baden gehen, ich kann an einer Felsküste mit dem irgendwo ins Wasser gehen. Also ich habe unendlich viele Möglichkeiten und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was ich mit dem Schuh machen kann, an das ich jetzt gar nicht denke. Der Schuh ist mein ständiger Begleiter, er ist leicht und ich kann ihn klein machen und überall mit hinnehmen. Ich habe an den Schuh machen, ich kann ihn nicht vorher��. Ich kann dich nicht ziehen. nachueher Was ist mein Stkre esta r possender? Sie sein stetsam